Hello, hello. Mein Name ist Deborah Fleischmann und in dieser magischen Podcast-Folge erkläre ich Trauma und Resilienz in unter zwei Minuten. Let's go. Trauma bedeutet, Opfer zu werden von beispielsweise psychischer Gewalt, physischer Gewalt, sexueller Gewalt, struktureller Gewalt, eines Schicksalsschlags, eines Unfalls, letztlich eines Ereignisses, das außerhalb der eigenen Kontrolle liegt. Und es ist wie eine Schallplatte, die sich immer wieder abspult und immer wieder hängen bleibt an diesem Riss und deswegen nicht vorankommt. Das Musikstück wird nicht durchgehend gespielt, sondern es fängt an einer bestimmten Stelle immer wieder an zu quietschen, immer wieder an zu ruckeln und der Zuhörer weiß nicht, was er machen soll, was er ändern kann. Bis er drauf kommt, dass er ja im 21. Jahrhundert ist und überhaupt keine Schallplatte anhören muss. Das heißt, er braucht nicht mal eine neue Schallplatte auflegen, sondern ihm fällt ein, dass wir im Zeitalter von Streaming und MP3 leben. Und er sagt, danke Schallplatte für alles, aber ich bin jetzt beim Streaming. Ich bin jetzt wieder online. Und Resilienz ist nichts anderes, als die Erfindung der Schallplatte und all ihrer Sprünge als Basis für die Erfindung von CDs, MP3s und Streaming zu betrachten. Resilienz ist wie der Gitarrenspieler, der sich erst die Hände blutig spielt und dann so eine krasse Hornhaut an den Fingern hat, dass diese Finger von allein spielen. Er muss nicht einmal mehr nachdenken. Alles ist im Flow. Gib es eine Wille. Ciao. Ciao.